Ja, hallo Leute. Nach den Wahlen in Brandenburg und Sachsen habt ihr euch auch gefragt, was eigentlich los da? Jeder Vierte wählt eine offen rassistische Partei und hält das offenbar für die Lösung seiner Probleme, was auch immer die sein mögen. Jetzt haben wir hier so eine Diskussion, dass man eben mit Rassistinnen und Rassisten auch reden muss, wenn man sie sonst noch mehr in die Arme der AfD treibt. Naja, klar muss man mit denen reden. Ich rede ja mit vielen Menschen. Und ich frage nicht erst, sag mal, bist du vielleicht auch Rassist? Aber ich rede über die wichtigen Fragen und ich rede denen nicht nach dem Mund. Wir müssen dafür sorgen, dass Rassismus nicht als Antwort missverstanden wird auf die vielen Fragen, die Menschen haben, auf die vielen Probleme, die es gerade im ländlichen Raum gibt. Oder glaubt irgendjemand, dass wenn ein einziger Ausländer weniger in Deutschland lebt, in irgendeinem Dorf in Sachsen plötzlich wieder der Bus regelmäßiger fährt? Das ist doch kappes, das glauben die Leute doch selber nicht. Das macht es doch deutlich, welche Funktion diese Ideologie hat. Sie ist dazu da, uns abzulenken von den wirklichen Problemen. Und sie ist dazu da, uns zu spalten und dafür zu sorgen, dass wir nicht gemeinsam für die Lösung dieser Probleme kämpfen können. Denn die Lösung unserer Probleme, das ist eine Lösung ganz großer Fragen. Wem gehört dieses Land? Wie ist der Reichtum verteilt? Wie gehen wir mit unserer Umwelt um und haben unsere Kinder hier noch eine Zukunft? Und schaffen wir es, in Frieden zu leben mit unseren Nachbarn und für Frieden einzutreten in der ganzen Welt, damit Leute auch zu Hause bleiben und dort glücklich leben können? Das sind die Fragen, die wir haben. Und die löst du nicht darüber, dass du gegen andere rassistische Vorurteile hegst. Sondern die löst du dadurch, dass wir uns zusammentun und dass wir sagen, wir wollen dieses Land verändern, wir wollen es sozial gerechter, wir wollen es friedlicher machen, wir wollen dafür sorgen, dass unsere Kinder auch noch eine Zukunft haben. Und das müssen wir gemeinsam machen. Und natürlich muss man gegen Rassismus klar gegenhalten. Denn die große Gefahr ist, dass diese Ideologie uns spaltet, dass sie dafür sorgt, dass wir nicht gemeinsam kämpfen für die wirklich entscheidenden Dinge in diesem Land und auf diesem Planeten. Und da hoffe ich, habe ich euch an meiner Seite.